Luciano Resceconi war ein italienischer Fußballspieler. Karriere Luciano Resceconi begann seine Karriere bei Pro Patria Calzico. Von 1969 bis 1972 stand er bei der US Forza unter Vertrag. Im Sommer 1972 wechselte Resceconi zu Lazio Rom, wo er bis zu seinem Tod 1977 spielte. Für die Bianco Celesti absolvierte er 109 Serie A-Partien und erzielte dabei sieben Tore. Für die italienische Nationalmannschaft bestritt der Blondschopf im Jahr 1974 zwei Länderspiele. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland stand der Mittelfeldspieler Infauccio Valka Regiscada der Azuri. Bestritt aber kein Spiel. Luciano Resceconi starb, als er mit zwei Freundinnen einen Juwelierladen betrat und scherzhaft dies ist ein Raub, rief, woraufhin ihn der Besitzer, der ihn nicht erkannte und erst kurz vorher schon zweimal Opfer eines Raubüberfalls wurde, erschoss. Er hinterließ eine Frau und zwei Söhne. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft